Musik Ich bin immer noch am Fallen. Ich bin immer noch am Fallen. Schleige. Oh, deine Schleige. Hört mich mit der Futter an. Ich bin immer noch am Fallen. Ich bin immer noch am Fallen. Oh, das war sehr gut. Da kann ich noch was essen. Hört mich vielleicht. Da ist sogar noch ein Gegner am Leben. Der hält den auch noch. Ja, super. Das war so ein Typ, der mal befreit müssen. Der saß da nur so am Boden. Ja, ich mein, da war noch ein Gegner gerade. Ich weiß, ich hab den gesehen. Aber ich dachte, da wäre ein Verbündeter oder so. Nee, nee, ich hab den getötet. Das ist deine Geschichte, ne? Was? Der war bestimmt ein NPC, der gerettet werden kommt, oder? Seit wann kann man denn hier Verbündeter umwenden? Hier nach oben? Arnie, schau doch mal dein Gehirn ein! Ah! Der Wäggis, er schreibt einfach die Geschichte nach seinen Vorstellungen. Der hat mich attackiert. Ich muss den töten. Aua! Boah! Boah, der hat dich geknüppelt! Richtig, fast wie zu Hause, ne? Ich kann mich auch vorstellen, dass der Daniel übern Boden rutscht, wenn er geknüppelt wird, ey! Er sah voll Schwert ab da. Er spricht auf jeden Fall morgen, wenn ich aufstehe. Ich hab ihn getötet. Jetzt... Ah, ich wollt grad von seinem Fleisch fressen. Oh, was denn da oben? Bitte was? Super! Ja, komm, Walter, guck mal! Ja! Hast du das gesehen? Sind das Goblins? Ja, ich bin der König! Wieso? Wir müssen uns hier hinsetzen, Daniel! Ja, ich bin der König! Ich bin der König! Ich bin der König. Das ist ein geiles Bild! Geil! Mein Gott, warum ist denn das... Warum sitzt du denn so lässig? Bei dir ist einer, einer der Beine auf so einen Stein, ey! so voll lässig so rum, ne? Ah, yeah, bitch! Doami! So, da sind unsere, da ist unser Gefolge. Nauff'n Goblins! Ich wusste gar nicht, dass wir für die Kämpfe nicht treffen, wir kämpfen für die Elfen, ja? Ja, ich hab den, den Anführer, den seinen Kopf da aufgespießt und dann sind die alle gekommen. Ja. So läuft er auch mal. Goblins, das sind eigentlich nur kleine, hässlichere Orks. Willst du mir irgendwas sagen? Werft mir Geld zu, guck mal da hin. Ja? Gebt mir euer Geld, ich bin sexy! Ich bin wie Agent dieser Fetzer. Ich bin so sexy! Boah! Betet mich an! Das ist gut, ey! Für Jesus! Wo ist denn so ein Kreuz? Und jetzt Kuchen für jedermann! Das ist gut! Dann muss ich direkt mal ein Stück essen! Na wenn, dann müsstest du das da unten essen bei deinen Leuten! Ne! Ich stelle einfach nur einen Kuchen da hinten! Und lässt den vorne in der Nase! Das geht! So, wo ist meine Bronzestatue? Ja! Oder mein Gewand aus reinstem Gold! Aber die Statue nicht auch aus Gold! Ich bin eine Goldstatue! Ich bin eine Goldstatue, die ein Gewand aus Gold trägt! Nein, nein, du bist aus Bomben, Sir! Ich hab doch hier noch was! Ich bin nicht echter Goblin-König! Was? Ich bin nicht echter Goblin-König! Was? So, okay! Aufmachung, Verkleidung! Einzigartig! Ich kann mich auch mal unsichtbar machen! Nein, Gott! Das ist auch eine Aufmachung! Ich komme! Ich komme! Oh, die ist ja mal! Was? Ist die da? Verdammt sei den Erdknochen! Ihr seid hier! Was glaubst du, war das hier? Weiß ich nicht! Haben wir die beim Duschen gestört? Ich war da... Bei was? Beim Looten? Beim Duschen! Achso, okay! Gib alles, Daniel! Ich drehe mich! Ich drehe mich! Ich bin bald voll! Was? Das hört sich so falsch an! Ich bin bald voll! Was? Kannst du da ein Wettessen oder was, ey? So viel du kannst oder was, ey? So viel du kannst oder was, ey? Mit einer Hand, ey? Gibt's nicht! Ja, du spiel freihändig, ey! Ja, klar! Eine Hand in der... In der... Am Essen, in der Anderen in der Hose! ... 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